Bring deine Bauchmuskulatur zum Brennen. Dieses Workout spricht jeden Teil deiner Bauchmuskulatur an. Wenn du das Training mindestens zweimal die Woche durchführst, hilft es dir einen schönen festen Bauch zu bekommen. Natürlich spielen hierfür noch ganz viele andere Faktoren eine große Rolle wie beispielsweise die Ernährung logischerweise und Disziplin brauchst du dafür auch und das Ausdauertraining ist natürlich auch wichtig. Aber wenn du dran bleibst, dann schaffen wir das auf jeden Fall gemeinsam. Dieses Training hat zwischen den Übungen keine Pause und jede Einheit dauert 60 Sekunden. Es würde mich sehr freuen, wenn du gleich noch meinen Kanal abonnierst, teilst, likes und auch kommentierst. Was dich und deine Trainings ganz sicher weiterbringt, ist meine App, die du jetzt noch kostenlos runterladen kannst. Bist du bereit? Sollen wir starten? Jetzt noch kurz die Glocke drücken und dann würde ich sagen, geht es auch schon los. Ich bin die Katja und wir trainieren heute zusammen. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.